So, jetzt geht es ab an die Arbeit, aber wir haben noch eine kurze Nachricht für euch. Den Namen Explore 360 Degrees wird es bald nicht mehr geben. Okay, stopp, stopp, stopp. Erstmal zurück. Wir erklären euch erstmal, wie das Ganze zustande kam. Genau, also ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Wie heißt dein Reiseblog so? Also, mein Reiseblog heißt Explore 360 Degrees. Explore 360 und dann? Explore 360 Degrees. Ah, Explore 360 Degrees. Genau, genau. Okay. Wir würden gerne eine Kooperation mit Ihnen eingehen. Wie heißt denn nochmal Ihr Reiseblog? Ja, das ist Explore 360 Degrees. Explore was? Explore 360 Degrees. Okay, Degrees. Was hat das mit Temperatur zu tun? Ja, also das ist so, ja Explore, das ist ja erforschen und dass man halt alles einmal sich anguckt. Okay, ja, wir melden uns bei Ihnen. Das, was wir hier gerade versucht haben einmal zu demonstrieren, das ist so das, was uns die letzten zwei Jahre andauernd passiert ist. Also eigentlich immer, wenn wir jemanden versucht haben zu erklären, wie unser Blog heißt. Am Anfang war das immer gar kein Problem, weil wir, als wir den Blog gegründet haben, noch in Neuseeland waren und da hat jeder kein Problem damit, sich den Namen Explore 360 Degrees oder 360 Degrees zu merken, weil es natürlich englischsprachig ist. Und wir haben auch am Anfang echt gedacht, dass es ausgefallen ist und voll der coole Name. War es dann halt irgendwie nicht so. Nee, war es halt nicht. Weil als wir wieder in Deutschland waren, war es halt irgendwie doof. Die Leute, die halt jetzt nicht so gut Englisch können, die verstehen das halt nicht, die wissen dann überhaupt nicht, was es ist und können es sich halt überhaupt nicht merken. Und sowieso, ja, ne? Genau. Also, ihr habt es ja gemerkt, ist ein bisschen schwierig. Und daher haben wir gedacht, wir müssen, wenn wir das Bloggen professionell weiterführen möchten, uns einen neuen Namen überlegen. Den wir jetzt hier nicht verraten werden. Den wir hier nicht verraten werden, den wir aber einfach gewählt haben, damit man sich den einfach besser merken kann. Genau. Und was da so für wichtig war bei unserer Auswahl, das gibt's gleich. Ich fände es gut, wenn der Name kurz wäre. Ja, und außerdem wäre es auch ziemlich cool, wenn er einfach leichter zu merken wäre, oder? Er sollte definitiv keine Zahlen enthalten. Ja, und außerdem sollte er definitiv nicht verwechselbar mit anderen Marken sein. Der Name sollte auch Dinge enthalten, für die wir stehen und die wir auch machen. So, was machen wir jetzt? Wir ziehen um. Natürlich nur mit unserem Blog. Richtig. Also wir bleiben selbst in Rostock, aber unser Blog zieht um und zwar auf einen neuen Namen. Das heißt, Explore 360 Degrees, so viel können wir schon mal sagen, wird es zwar unter dem Namen nicht mehr geben, aber unseren Reiseblog, unseren Podcast, unseren YouTube-Videos werden wir natürlich trotzdem noch weitermachen. Noch mehr und qualitativer als zuvor. Richtig, genau. Das Problem war nur, dass dieses Explore 360 Degrees, das gibt es schon in einer anderen Hinsicht, nämlich es gibt ein anderes Unternehmen, das ist ein Motorradreiseanbieter aus Russland. Und uns ist es wichtig, dass wenn wir das auf eine professionelle Art und Weise machen, dass es kein vergleichbares Unternehmen oder keinen vergleichbaren Blog gibt. Vor allen Dingen niemanden, der den gleichen Namen hat wie wir. Außerdem wollten wir einen Namen, bei dem man direkt weiß, worum es sich bei uns auf dem Blog eigentlich dreht. Nämlich um Outdoor, um Reisen und das Arbeiten für unterwegs. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, alle sind gespannt, ich bin gespannt. Was ist denn eigentlich der neue Name? Autonomaden. Ja, wie sind wir auf den Namen gekommen? Ja, wir haben uns hingesetzt, gebrainstormt und dann bin ich auf den Namen gekommen, Autonomaden, das Coole ist, der setzt sich halt aus den Namen zusammen, die wir eh ganz cool finden, nämlich Autor und Nomaden. Also die Sachen, über die wir eh schreiben. Richtig. Und wir haben ziemlich lange überlegt, es ist ja sehr, sehr schwierig, müssen wir wirklich dazu sagen, einen Namen zu finden, der noch nicht vergeben ist, der noch nicht geschützt ist. Und irgendwann, nach zwei, drei Tagen, meinte Michael so, ja, lass doch einfach Outdoor-Normaden nehmen, ist doch das, was wir machen. Genau, dann nennen wir das Kind quasi beim Namen. Und haben auch geschaut und es gibt nichts Vergleichbares. Das heißt, wir haben direkt auch die Marke dafür angemeldet, die ist jetzt gerade dabei, geprüft zu werden, wie wir das gemacht haben, wie der Ablauf ist, gibt es im nächsten Video. Und ja, that's it. Das ist die, das ist das, wie wir uns jetzt umbenannt haben, wie wir heißen. Und jetzt ist es natürlich ganz wichtig zu erwähnen, dass wir umziehen werden. Ja, es geht los. Und zwar direkt nach diesem Video. Genau. Da wird unser Blog umgezogen und ihr findet dann unter der Domain Autodomaden dann in Zukunft alle unsere Beiträge und Blogbeiträge. Ihr braucht aber jetzt keine Angst haben, falls ihr trotzdem noch irgendwelche Blogbeiträge von uns vielleicht gespeichert habt unter der alten URL. Weil das alles ist direkt übertragbar. Das heißt, solltet ihr jetzt aus Versehen den alten Namen eingeben, werdet ihr direkt zur neuen weitergeleitet. Yo. Also, wir würden uns richtig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Und wir freuen uns auf die nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.